Jo meine Freunde, was geht ab? Hier haben wir eine E-Klasse, ein E53 Umbau. Ich zeige euch mal ganz kurz, was der hier bekommen hat. Und zwar meine Freunde, haben wir hier beleuchtete Burmester Cover eingebaut. Dann haben wir Luftdüsen eingebaut. Er hat Luftdüsen bekommen, vorne und hinten natürlich. Hier hat er die Cover auch. 3D ausfahrbare Burmester Lautsprecher. Die hat aktuell nur der W223 ganz neue S-Klasse. Wir haben aber einen Update bekommen, der Kunde weiß noch nichts davon. Der hat die noch nicht gesehen. Es kann sein, dass er sagt, reißt die raus. Ich möchte die alten haben, was ich nicht denke. Es wird eine Überraschung für ihn. Die fahren auch natürlich aus. Film das hier mal bitte. Ausfahrbar, Einfahrbar. Sieht richtig porno aus. Also mir gefällt es sehr. Schreibt mal in die Kommentare, Leute, was ihr davon haltet, wie es aussieht im älteren W213. Dann schauen wir mal, ob wir die anbieten können.